In der letzten Folge Sonntags OS Nummer 30 habe ich ein Hacker-Betriebssystem vorgestellt und zwar Kali Linux. Und ich habe mir so gedacht, dann schauen wir uns doch mal noch ein paar andere Hacking-Betriebssysteme an und machen heute weiter hier in der Version 31 mit Parrot OS. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags OS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir mal Parrot OS. Zumindest schauen wir uns dieses System mal genauer an. Ja, letzte Woche Kali Linux, ein Hacking-Betriebssystem. Und Kali ist natürlich nicht das einzige Hacking-Betriebssystem auf dem Markt. Ein ziemlich großer Konkurrent, könnte man sagen, ist hier Parrot OS. Hier auf distrowatch.com sieht man auch die Popularität, also was die Klickrate hier auf dieser Seite ist. Jetzt nicht ganz so hoch, das ist bei Platz 65. Ich glaube, Kali war Platz 19. Und ebenfalls wie Kali Linux basiert Parrot OS ebenfalls auf dem Debian-Testing-Branch. Und wenn ich mich nicht irre, Debian Bullseye. Früher hieß, so kann man das hier nachlesen, Parrot OS einfach Parrot Security OS. Mittlerweile hat man das Security aber weggelassen. Das hat auch einen bestimmten Grund. Wir schauen uns aber mal ganz kurz noch die Historie an. 2013 ist Parrot OS das erste Mal veröffentlicht worden. Ist also noch recht jung in der Linux-Welt. Und kommt allerdings auch mit einigen eigenen Anwendungen. Wie zum Beispiel Parrot Cloud Controller. Als Ziel beschreibt sich Parrot OS selber, ist eine Reihe von Penetrationstests anzubieten, die für die Informationssicherheit und Sicherheitsforschung eingesetzt werden können. Zusätzlich Forensik und Schwachstellenanalyse. So, hier kann man sich dann noch die Entwicklungsgeschichte dann mal anschauen. Aber wir machen gar nicht hier so lange im Wikipedia rum, sondern gehen direkt mal auf die, ja meines Erachtens, sehr hübsche Webseite mit diesem animierten Hintergrund. Das hat schon was Futuristisches. Ja, die ParrotSec.org-Seite ist auch hier nur auf Englisch verfügbar. Das heißt, wer sich hier ein bisschen ausprobieren möchte, der sollte dem Englischen doch ein bisschen mächtig sein. So, hier gibt es den Download-Button. Da klicken wir mal drauf. Und dann werden hier schon mehrere Versionen von Parrot OS angeboten. Zum einen gibt es eine Home-Edition. Diese ist tatsächlich dafür gedacht, für den alltäglichen, ganz normalen eigenen Gebrauch. Dann gibt es eine Security-Edition. Das ist im Prinzip das Kali-Pandong, ja, also mit einer Menge vorinstallierter Software zum Thema Pentesting, Sicherheit, Forensik und so weiter. Und dann gibt es noch diverse Cloud- und IoT-Images. Sehr interessant fand ich auch hier, wenn ich hier Parrot OS plus HTB mir anschaue. Und zwar HTB ist eine, oder Hack the Box, ist quasi so eine, ja, Hacking-Universität, könnte man mal sagen. Da können wir mal ganz fix reinschauen. Hack the Box. Hack the Box ist, auch diese Seite ist ausschließlich auf Englisch, kann ich aber wirklich jedem empfehlen, der einfach mal ein, ja, ein bisschen spielerisch das Hacking lernen möchte. Hier kann man sich kostenfrei registrieren, dann kann man auch kostenfrei mitmachen und dann so kleinere Aufgaben lösen. Wie zum Beispiel, ich kann, ich werde es jetzt nicht zeigen, aber ich kann mal so ein Beispiel nennen, an einer dieser ersten Anfängeraufgaben geht es zum Beispiel einfach nur darum, bei einer Webseite mal in den Quelltext, mit Rechtsklick Quelltext reinzuschauen und dann halt irgendeine sogenannte Flag im Quelltext zu finden. Denn um ein, ja, ich sag mal Rätsel hier zu lösen, so ein Hacking-Rätsel zu lösen, muss man dann immer Felder mit sogenannten Flags ausfüllen. Man muss also sogenannte kleine Fähnchen quasi finden, wie so eine Art Schnipseljagd. Und diese Fähnchen sind dann halt irgendwo versteckt, die nennen sich dann meistens Flag ist gleich, also Flag ist gleich und dann halt irgendein Kauderwelsch, irgendeine Zahlenbuchstabenkombination. Und diese Flag, die kopiert man dann einfach dann in sein Lösungsfeld rein, wenn man die Flag gefunden hat. Am Anfang ist das recht einfach noch und dann steigert sich das natürlich und das geht wirklich bis hin zu, ja, Root-Access auf einem entfernten Server sich holen, Schwachstellen ausnutzen und so weiter. Und das ist, da kann man dann wirklich auch eine ganze Menge über IT-Sicherheit lernen. Und warum erzähle ich das Ganze? ParrotOS und Hack the Box, die sind miteinander quasi verpartnert. Und ParrotOS bietet für Hack the Box eben die, ja, so eine Art Cloud-Version an von ParrotOS, sodass man innerhalb der Instanzen, wenn man hier am Hacken ist, quasi an diesem Spiel teilnimmt, kann man im Prinzip eine ParrotOS-Instanz aufmachen. So eine Web-Instanz und dann kann man ParrotOS im Browser quasi benutzen und dort eben alle Tools verwenden, die halt notwendig sind, um zum Beispiel diese eine Aufgabe zu lösen. Das heißt, um an Hack the Box teilzunehmen, braucht man auch nicht zwangsläufig jetzt ein Hacking-Betriebssystem auf einem Computer oder so. Ja, also wenn du jetzt Windows installiert hast oder einfach nur ein Linux-Mint oder so, reicht das völlig aus. Du kannst das hier einfach ausprobieren und alles im Browser machen. Pornbox nennt sich das dann innerhalb von Hack the Box. Gut, genug geredet. Es macht mich natürlich jetzt neugierig bei den beiden Editionen, Home Edition und Security Edition. Und da habe ich mir so gedacht, lade ich mir einfach beide runter. Heute, sowohl die Home Edition als auch die Security Edition werden wir gleich beides mal installieren. Standardgemäß kommt ParrotOS mit dem Mate Desktop daher. Aber wenn du KDE besser findest, KDE Plasma, nur zu, gibt es auch die KDE Version. Und auch XFCE, der sehr schlanke XFCE Desktop, den Kali Linux auch hat, den kann man ebenfalls herunterladen. Allerdings nur in der Home Edition. So, die Security Edition gibt es dann auch wieder im Mate Desktop und KDE Plasma und mehr quasi nicht. Ja, dann würde ich sagen, ich habe mir die Torrents jetzt hier einfach mal geschnappt und habe die hier mir beide schon runtergeladen. Und hier hat mich schon festgestellt, die Home Edition ist 2 GB groß. Ja, das ist, sag ich mal, eine normale Größe für ein normales nutzerfähiges Betriebssystem. Und Parrot Security, die Security Edition, ist also 4,5 GB groß. Also es war, ist schon ein ganz ordentlicher Knaller, der da runtergeladen wird. Und wie üblich sind wir hier in einer wunderschönen Live-Umgebung. Hier ist alles auf Englisch. Das ist aber erstmal nicht so schlimm. Ich schaue mal schnell, dass ich hier die Monitorauflösung etwas hochsetzen kann. Und zwar auf Full HD. Okay. So, dann einmal schließen. Und ja, sieht doch schon mal alles sehr, sehr spannend aus. Hier unten mit der Leiste und hier oben mit der Leiste. Und das gucken wir uns aber gleich an. Hier gehen wir jetzt erstmal auf Install Parrot. Und dann wählen wir aus Deutsch und weiter. Dann die Zeitzone ist Berlin. Einmal weiter. Dann meine normale deutsche Tastatur. Und hier kommen wir auch schon zur Festplattenpartitionierung. Ich, hier sehe ich ein EFI-System habe ich. Und der möchte dann das Ganze dann wahrscheinlich als EXT4 formatieren. Hier kann ich dann aussuchen, ob ich eine Swap haben möchte mit Auslagerungsdatei oder als Partition. Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Das möchte ich jetzt nicht. Und ja, dann gebe ich hier meinen Namen an, Benutzername. Und der Rechner ist Parrot Home. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer. Typ. Dann einmal weiter. So, hier nochmal eine Zusammenfassung. Und das Ganze wird als BTRFS, also als ButterFS-System formatiert. Formatiert auch schön, denn so kann man dann Snapshots auch machen. Also Datensicherungen, Datensicherungspunkte. Dann jetzt einfach auf Weiter. Und ja, dann warten wir mal ab, bis das System installiert ist. Und damit ist die Installation zu Ende. Und das System kann neu gestartet werden. Hier sind wir jetzt beim Login-Bildschirm. Dann einmal einloggen. Und dann sind wir auch schon drin in unserem System. Jetzt ist hier auch alles auf Deutsch eingestellt. Müssen wir mal schauen, was steht hier Windows? Nee, Windows wollen wir nicht. Ich wollte jetzt eigentlich den Bildschirm. Da haben wir ihn. Und dann können wir hier wieder die Auflösung erhöhen. So, auf Apply. Also halb Englisch, halb Deutsch hier alles noch. Apply. Gut, ist nicht so wild. Ja, dann sind wir jetzt hier erstmal auf diesem wunderschönen Desktop. Und dann schauen wir uns doch mal an, was hier so alles liegt. Ja, das ist der Mate-Desktop. Mate ist ja eine Desktop-Umgebung basierend auf dem sehr, sehr alten Gnome 2, wenn ich mich nicht irre. Und damals hatte Gnome auch zwei Leisten gehabt. Immer eine untere Leiste und eine obere. So ein bisschen an Mac angelehnt. Und hier unten, wenn man links auf Menü drückt, hat man dann eben alle so ein schönes Anwendungsmenü, was man gleich mal durchgeht. Und hier unten kann man dann noch zwischen den verschiedenen Desktops hin und her schalten. Wenn ich jetzt hier also etwas aufmache, kann ich hier unten in einen anderen Desktop schalten und zum Beispiel hier wieder was anderes aufmachen. Und dann kann ich hier unten bei den Desktops hin und her schalten. Gut, dann machen wir das mal wieder weg hier. So, dann was haben wir hier? Okay, ach, das ist ein Informationszentrum. So, hier oben gibt es dann ebenfalls dann zusammengefasst ein Anwendungsmenü. Dann ein Orte-Menü. Hier kann ich dann zugreifen auf die Ordner meiner Wahl, Musikdokumente, Bilder und so weiter. Aber eben auch direkt Server, also zum Beispiel eine SSH-Verbindung aufbauen, auf ein SMB-Netzwerk zugreifen. Und im System habe ich dann Zugriff auf die gängigsten Einstellungen, sowohl vom Erscheinungsbild als auch andere Einstellungsmöglichkeiten. habe ich hier. So, Mathe ist in der Version 1.24.1. So, was haben wir denn als Anwendungen schon vorinstalliert? Jetzt kann ich mich hier entscheiden, möchte ich oben oder unten. Ich nehme oben, das sieht ein bisschen übersichtlicher aus. So, hier haben wir unter Privacy haben wir AnonServe. Das interessiert mich mal, was das ist. Ich nehme mal an, das wird so etwas ähnliches wie ein Tor-Relay sein. Wir gucken mal. Dazu öffne ich mir jetzt hier einfach mal einen Browser. Und das ist der Mozilla Firefox Browser in der Version 78.15 ESR. Das ist also, ja, eine ziemlich veraltete Extended Support Release Version. Ich nehme mal an, dass man das noch upgraden kann. Ich glaube, die Version 93 ist jetzt als neue Extended ESL Version verfügbar. Gucken wir gleich mal. So, myip.is. So, das wäre jetzt hier meine IP. Die ändert sich alle 24 Stunden. Ich werde sie trotzdem hier jetzt einfach mal ausgrauen, sodass du die nicht sehen kannst. Sicher ist sicher. Und jetzt werde ich hier mal AnonServe starten. Do you want to kill dangerous applications? Ja, können wir mal machen. So, bin ich mal gespannt. Da möchte der wissen, was, ob ich das, ob ich hier gefährliche Anwendungen beendet haben möchte. Wenn ich jetzt hier auf myip jetzt gehe, dann kommt hier congratulation. This browser is configured to use Tor. Und das ist meine neue IP. Die unterscheidet sich auch von der IP, die ich eben hatte, die mir eben angezeigt wurde. Mit anderen Worten, ich kann jetzt, ja, ins Tor-Netzwerk rein. Genau, wenn ich jetzt hier nochmal schaue bei myip.is, jetzt wird mir hier eine andere IP-Adresse angezeigt. Und hier unten sehe ich den Tor-Exit-Node, wo ich dann quasi hier aus dem Tor-Netzwerk rauskomme. Und mit aktivierten AnonServe habe ich dann auch Zugriff auf die Onion-Seiten, quasi auf die sogenannten Hidden Services. Wie zum Beispiel hier bin ich jetzt direkt auf der Tor-Seite über diesen Onion-Link. Und ich brauche dazu halt keinen separaten Tor-Browser, sondern es genügt hier in dem Falle tatsächlich der Firefox-Browser. Und es ist tatsächlich so, egal mit welcher Anwendung ich jetzt ins Internet hier gehe oder welche Anwendung auch immer jetzt mit dem Internet kommuniziert, kommuniziert über das Tor-Netzwerk. So kann man dann seinen gesamten Internetverkehr komplett absichern. Es sei auch gesagt, das Tor-Netzwerk ist natürlich sehr, sehr langsam. Das heißt, Videostreaming und ähnliches wird möglicherweise nicht sonderlich gut funktionieren. Zumal Seiten wie zum Beispiel auch Google gegebenenfalls den Zugriff auf seine Seite sperrt, wenn ich mich nicht irre. Werden wir gleich mal schauen. Doch, das scheint jetzt hier zu funktionieren. So, hier funktioniert es dann nicht. So, hier wird dann der Zugriff auf Google zum Beispiel gesperrt, weil Google möchte dann schon ein bisschen mehr Transparenz haben, wer hier auf seiner Seite irgendwas sucht und wer nicht. Und deswegen kann das passieren, dass man dann auf einige Webseiten eben nicht mehr drauf zugreifen kann. Gut, sei es drum. Ich werde jetzt das Ganze wieder abschalten. So, dann einmal schließen und dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. So, AnonSurf haben wir gehabt. Dann gibt es noch Kryptografie. Kryptografie ist ziemlich interessant, da man hier Nachrichten oder Textdateien oder auch Dateien überhaupt eben verschlüsseln kann, um sie dann zum Beispiel woanders hinzusenden. Das erhöht die Sicherheit. So kann ich hier zum Beispiel einen Text schreiben. Und dann kann ich das Ganze einfach abspeichern. Ich nehme jetzt einfach mal Test. Dann einmal Save. Dann fragt er nach einem Passwort, weil das wird jetzt mit einem Passwort verschlüsselt. Und dann gebe ich ein super kompliziertes, schweres Passwort an. Und sehe gerade, ich habe das hier falsch geschrieben. Das sollte man wenigstens noch richtig schreiben und dann wieder abspeichern. Einfach mit STRG S oder einfach nur auf Speichern. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel den Ort des Geschehens mal öffne, so, dann haben wir hier die Test.epd-Datei. Die lässt sich jetzt so gar nicht öffnen. Wenn ich jetzt hier einfach mal versuche, den Text auszulesen, Test.epd, dann kommt hier nur so ein kryptisches Kauderwelsch dabei raus. Und das heißt, ich muss tatsächlich diese Anwendung dann öffnen. Enkript Pad. Gehe hier auf Öffnen. Test. Und dann werde ich nach meinem Passwort gefragt. Und dann wird mir der Inhalt auch angezeigt. Ist also ganz einfach. So, Büroanwendung. Da haben wir LibreOffice, die komplette LibreOffice-Bibliothek vorinstalliert. Das ist sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig. Für ein System des täglichen Gebrauchs ist eine komplette Office-Bibliothek durchaus sinnvoll. Dazu gehört noch Atre, der PDF-Viewer quasi, und ein Mathe-Wörterbuch. So, was haben wir als Browser alles installiert? Es ist der normale Firefox installiert. Das finde ich interessant, dass hier auch verschiedene Firefox-Browser installiert sind. Ich schaue mal nach, welche Version von dem normalen Firefox denn installiert ist. Ach, es ist trotzdem die Extended Support Release Version. Okay. Wer hat das nur unter demselben Namen oder unter einem anderen Namen abgespeichert? Aber es ist scheinbar ein und derselbe. So, dann haben wir ein Bitcoin-Wallet. Falls du Bitcoins oder andere Kryptowährungen speichern möchtest oder das Wallet haben möchtest, hast du das gleich schon vorinstalliert. Element ist schon vorinstalliert. Das ist sehr gut, denn Element ist ein Programm. Für den sicheren Zugriff auf das Matrix-Netzwerk und wo auch die Chats verschlüsselt sind. Wie zum Beispiel, dass so ein Typ im Internet Matrix-Space lässt sich über Element zugreifen. Und unser Chat, dieser Space ist ebenfalls verschlüsselt. So, dass, falls mal jemand versehentlich irgendwelche datenschutzrelevanten Sachen in diesen Chat postet, dann kann das nicht ausgelesen werden von jemandem, der sich irgendwie von außen reinschleicht. Ja, dennoch ist natürlich immer Vorsicht zu walten. Einfach hier ein Konto erstellen oder anmelden, wenn du nicht schon hast. Matrix-Org kann ruhig bleiben als der normale Server. Und hier unten in der Videobeschreibung findest du einen Link. Da einfach draufklicken, dann wirst du ebenfalls auf diese Seite umgeleitet. Und dann nach der Anmeldung oder Registrierung kommst du dann direkt in den so ein Typ im Internet Space. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Onion-Circuits. Das ist im Prinzip die Konfiguration für das Tor-Netzwerk. Genauso wie ein BitTorrent-Client, der immer sehr, sehr gut ist. Das ist immer super gut, wenn Dateien, gerade quelloffene, große Dateien, wie zum Beispiel ISO-Dateien, über das Torrent-Netzwerk geteilt werden, werden die entsprechenden Spiegel-Server immer entlastet. Das ist sehr, sehr gut. Allerdings sollte man hier natürlich Vorsicht walten lassen. Denn wer hier Filme und Musik über das Torrent-Netzwerk teilt, der macht sich mitunter strafbar wegen Illegalem Filesharing. So, Remina ist quasi eine Fernzugriffssoftware. Und dann gibt es hier noch ein Instant-Messaging-System. Und auch der normale, reguläre Tor-Browser ist hier auch schon mit integriert. So, was haben wir denn als Grafik? GNU, also GIMP ist vorinstalliert. Ist sehr gut. Dann haben wir vorinstalliert den VEC-Media-Player und auch den MPV-Media-Player. Das ist mein Favorit. Der ist sehr schnell und sehr, sehr flank. Aber auch Cheese ist mit dabei. Und Audio, ich nehme mal an, das wird einfach nur ein Lautstärkeregler sein. Jawohl, also ganz einfache Konfigurationswerkzeug. So, dann Spiele, haben wir ein Schachspiel, ist vorinstalliert, Programmierung. Gini ist ja eine IDE, könnte man sagen. Es ist eine sehr, sehr schlanke, ja, es ist quasi wie ein normaler Texteditor, die man aber auch als IDE verwenden kann. Quelloffen, unglaublich stark, viel, sehr, sehr viel Funktionsumfang. Man kann das Ganze noch mit Plugins erweitern, mit Funktions-Plugins. Auch im Design kann man das Ganze dann noch verändern. Also Gini ist wirklich eine IDE, die unglaublich kraftvoll ist und trotzdem sehr, sehr schlank und natürlich Quelloffen. So, dann gibt es noch diverse Systemeinstellungen und Werkzeuge. G-Parte zum Beispiel, man kann Depth-Pakete installieren, Update-Checker und auch diverse Terminals. Das Mate-Terminal ist halt das Standard-Terminal, was hier schon vorinstalliert ist. Aber auch Terminator ist ebenfalls mit dabei. Unter Zubehör finden wir dann noch Tools zum Bildschirmfotos aufnehmen. Aber auch Neo-Wim ist installiert. Das finde ich auch sehr interessant, dass in Wim mit installiert ist. Hier sogar mit Zeilennummerierung alles schon so gut vorkonfiguriert, dass man das Ganze hier wunderbar schon sehen kann. So, dann Barrierefreiheit haben wir noch, Dasher und Onboard, für die, die jetzt zum Beispiel eingeschränkt in der Bedienung der Maus sind. Gut, das ist alles in allem das normale Pirate Home. Also ein ziemlich solides System, kann man auf jeden Fall verwenden. Ist schon von Haus aus sehr sicher und man hat schon viele Sicherheitseinstellungen, die man eben schon von Haus aus nutzen kann. Ich möchte jetzt nochmal einen Blick in die Hintergründe werfen. Hier haben wir ein wunderschönes, ja, wunderschönes Violett. Das ist das Ubuntu-Violett. Der eine oder andere mag das nicht so, ist aber halb so wild. So, dann hier der Standard-Parrot-Hintergrundbild. Und da gibt es dann halt noch ein paar mehr, wie zum Beispiel dieser Ara hier. Also sehr, sehr farbenfroh, sehr, sehr toll. Dann haben wir hier noch eine Abwandlung von dem Ara mit den, ja, Dreiecken. So, hier haben wir auch noch so im Cyberpunk-Style so ein bisschen. Cyberpunk zieht sich ja sowieso so ein bisschen durch, so als großes Hauptthema hier. Sowas finde ich natürlich sehr, sehr cool. Auch Weltraumbilder sind sehr, sehr cool. Ja, da kann man sich natürlich sehr, sehr satt sehen. Und ja, das Design von Parrot OS ist natürlich hervorragend. Gut, so, dann möchte ich jetzt noch schnell die Security Edition mal installieren. Und wir sehen uns, das werde ich jetzt hier aber off-record machen. Und wir sehen uns gleich auf der Oberfläche. Und hier befinden wir uns jetzt auf der Oberfläche von Parrot OS Security Edition. Optisch macht das überhaupt keinen Unterschied. Es sieht quasi ganz genau so aus. Es sind auch dieselben Einstellungen, dasselbe Design. Lediglich wurden noch ein paar weitere Programme hinzugefügt. Und zwar gibt es jetzt unter Anwendungen einen weiteren Unterpunkt Pentesting. Den gab es in der Home Edition nicht. Und unter Pentesting haben wir quasi ähnliche Kategorien aufgelistet. So wie wir es bei Kali Linux ebenfalls gesehen haben, wie das Ganze im Menü aufgelistet war. Und hier gehen wir jetzt einfach mal so ganz grob durch. Ich werde jetzt nicht einzeln erklären, was die ganzen einzelnen Tools so machen können. Da ich es auch ehrlich gesagt nicht bei jedem Tool genau weiß. Ja, Aircrack NG, das hatten wir bei Kali auch schon entdeckt. Genauso wie Wireshark. Wireshark ist auch unter Netzwerkadministratoren ein ziemlich, ja, ziemlich beliebtes Tool, um ganz einfach mal den Netzwerkverkehr zu, ja, durchleuchten und zu überwachen. Hier gibt es ein, das CertGraph, da ist das kleine ParadeOS Logo zu sehen. Ich nehme mal an, dass CertGraph genauso wie GoBuster quasi ParadeOS eigene Anwendungen sind. Es gibt hier den Unterordner Informationsbeschaffung. Und auch hier haben wir wieder IKE Scan, Nmap und NetDiscover. Auch das sind Tools, die wir schon bei Kali Linux gesehen haben. Genauso wie dann die ganzen Tools zum Thema DNS-Analyse, Live-Host-Erkennung, Netzwerkscanner, Samba, Router-Analyse und so weiter und so fort. Ich möchte auch in diesem Video auch gleich nochmal den Disclaimer loswerden. Im letzten Video bei Kali Linux habe ich ja bereits einen, ja, dreiminütigen Disclaimer gegeben zum Thema Sicherheit und vor allem, was es auch bedeutet, gegen Gesetze zu verstoßen. Diese Tools, die hier installiert sind, sind dazu geeignet, auch gegen Gesetze zu verstoßen. Deswegen sei dir stets bewusst, was du mit diesen Tools hier machst. Hacke niemals ein System, welches dir nicht gehört und von dem du nicht ausdrücklich die Erlaubnis hast, dass du da einen Angriff starten darfst, denn du verstößt gegen Gesetze. Ich habe in der Videobeschreibung nochmal die Links zu den, ja, wichtigsten Gesetzestexten aus unseren drei deutschsprachigen Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland, nochmal aufgelistet und zusammengefasst. Hier kannst du einfach diesen Gesetzestext einfach nochmal nachlesen, gegen was man alles dann in seinem Land verstößt. Ja, ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Meine Zuschauer hier, ich kenne euch, ihr probiert sehr, sehr gerne aus, ihr seid sehr abenteuerlustig, probiert aus, testet rum. Und das ist auch gut so, denn nur so kann man wirklich die ganze Technologie kennenlernen. Allerdings beim Ausprobieren dieser Tools, die hier aufgelistet sind, sowohl bei Kali als auch hier bei Parrot OS, hier wirklich vorsichtig sein. Hier kann man viel kaputt machen und sich auch selber schaden. So, sei es drum, hier gibt es noch Stresstests, Schwachstellenanalyse, Stresstest-Tools, Voice-Over-IP-Tools gibt es hier also für die Telefonie quasi, für die Online-Telefonie, haufenweise kleine Programme. Und überall, wo hier dieses Parrot-Logo, dieser kleine Papagei-Logo ist, das sind alles Tools, die durchaus von Parrot OS selbst entwickelt wurden, nehme ich auf jeden Fall mal an. So, was haben wir hier noch? Auch hier WP-Scan für WordPress-Seiten-Scan. Ja, da auch auf jeden Fall vorsichtig sein. Unter keinen Umständen eine fremde WordPress-Seite einfach so mit diesem Tool-Scan. Das wäre ein schwerer Eingriff in eine fremde Infrastruktur. So, dann haben wir hier noch ein paar Exploit-Tools, wo man Datenbank hacken kann, aber auch IPv6-Tools. Auch hier gibt es eine Reihe von Programmen, die dazu geeignet sind, ja, das Netzwerk und Netzwerkserver und so weiter auszuspionieren und auszuscannen. Dann Metasploit-Framework, ein ziemlich großes Framework fürs Hacking quasi. Dann Tools für Passwort-Angriffe, wie zum Beispiel John the Ripper oder auch Johnny sind ziemlich beliebt. Und dazu dann auch die dazugehörigen Word-Lists. Wireless-Angriffe, Bluetooth-Angriffe, Bluetooth-Scanner und so weiter. Man kann sich hier auch Zugriff zu Netzwerken verschaffen. Netzwerk-Sniffer gibt es, Spoofing, wo man Fake-Webseiten erstellen kann, um entsprechend zu schauen, wo Datenverkehr hingeleitet wird und wohin nicht. Dann gibt es diverse Forensik-Tools. Das ist zum Beispiel, wo man Abbilder von Festplatten erstellen kann, wo man Systempartitionen wiederherstellen und den Inhalt gelöschter Dateien wieder rückgängig machen kann und sichtbar machen kann. Das Ganze wird durchaus auch von der Polizei verwendet. Ja, also wer jetzt einfach seine Festplatte normal löscht oder so oder formatiert, der ist definitiv vor einem professionellen Forensiker nicht sicher, denn der kann die Daten trotzdem mithilfe der Forensik-Tools entsprechend wiederherstellen. Ja, Autopsy, die Software Autopsy ist dann quasi das dazugehörige Tool zum Erstellen von Berichten. So, was haben wir sonst? Automotive. Hier gibt es noch diverse Tools. Das weiß ich jetzt leider nicht. Da habe ich mich jetzt auch nicht mit beschäftigt. Dann gibt es noch diverse Reverse-Engineering-Tools. Wenn ich also wissen möchte, wie ein Programm funktioniert und aufgebaut ist, kann ich das mithilfe von De-Assemblern quasi Reverse-Engineeringen, um zum Beispiel herauszufinden, ob eine Software entsprechend Schwachstellen hat. Und dann gibt es noch den fahrerdeischen Käfig. Das ist sowas wie eine Sandbox. Gut, und genau das sind halt die Tools, die in der Security Edition halt noch zusätzlich installiert werden. Macht schon fast 5 GB an zusätzlichen Festplattenspeicher aus. Deswegen sollte man auch überlegen, ob man diese auch wirklich braucht. Zusätzlich lässt sich Parrot OS in der Home-Version aber wirklich sehr, sehr gut nutzen. Ist schnell, ist schlank. Und alles, was jetzt hier in der Security-Version drauf ist, lässt sich auch in der Home-Version einfach dann nachinstallieren. Hier gibt es noch einige Systemdienste. Man kann hier Web-Server noch starten, verschiedene, zum Beispiel den Apache Web-Server oder den Engine-Server. Metasploit-Framework kann man als Service auch starten. Und hier hat man dann noch einen SSH-Server, falls man dann diesen auch braucht. Und das ist häufig so, weil man ja meistens auf entfernte Maschinen drauf zugreift. Gut, Parrot OS. Was ist Parrot OS und vor allem, was ist es nicht? Ähnlich wie bei Ali Linux kann man natürlich mit Werkzeugen, die Parrot OS zur Verfügung stellt, auch eine Menge falsch machen. Man kann sich auch in die Illegalität bewegen. Aber ich sage auch immer, wo man einen Hammer kaufen kann, kann man diesen Hammer eben auch für Sachen verwenden, wofür der Hammer nicht entwickelt wurde. Ja, und man sollte natürlich auch gesetzlich nicht den Hammer dann verbieten, nur weil einer, jemand anderen den Hammer auf den Schädel schlägt. Und so ähnlich betrifft es dann eben auch die Hacking-Tools, die Parrot OS und auch Kali Linux mitgeben. Die Hacking-Tools sind eben extra dafür konzipiert, damit jeder sein System auf Schwachstellen auch abklopfen kann, um selber zu gucken, bin ich sicher, kann ich gehackt werden, ist mein System sicher, mein Server, mein Rechner und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel auch, ist meine Festplatte oder mein USB-Stick richtig gelöscht? Oder kann ich die Daten wiederherstellen, wenn ich die einmal normal formatiert habe? Und da bietet eben auch Parrot OS entsprechend Tools an, wo ich dann einen USB-Stick auch vernünftig formatieren kann und zwar so löschen kann, dass eben alte Daten, die mal drauf waren, eben nicht mehr wiederherzustellen sind. Was ist jetzt aber der konkrete Unterschied zwischen Parrot OS und Kali Linux? Parrot OS ist eben in seiner Home-Version für den privaten Gebrauch auch ganz gut geeignet. Ganz normal als Daily Driver für jemanden, der ein sicheres System haben möchte. Und das bietet Kali in der Form so nicht an. Dafür ist Kali eben nicht geeignet. Des Weiteren ist Parrot OS deutlich sparsamer, was die Ressourcen betrifft und auch den Speicherplatz. So braucht zum Beispiel Ali Linux mindestens 1 GB an RAM-Speicher, während Parrot OS zumindest laut Beschreibung nur 320 MB mindestens benötigt, um wirklich gut zu funktionieren. Der Mate Desktop ist ein sehr, sehr schöner konfigurierter Desktop. Er ist sehr schlank und er ist auch sehr schnell. Und auch hier sieht man schon beim Speicherplatz bin ich immer noch weit, also beim RAM-Speicherverbrauch bin ich immer noch unter einem Gigabyte. Und das macht das System auch wirklich flott und schnell, auch für ältere Geräte zu nutzen. Ja und dann damit auch die Frage der Fragen, solltest du Parrot OS denn überhaupt mal nutzen? Da sage ich ganz klar, natürlich, auf jeden Fall, nutze Parrot OS, installiere das ruhig mal auch. Vielleicht hast du ja noch einen alten Laptop irgendwo rumliegen. Installiere dir die Home Edition und schau, wenn es dir gefällt, rein optisch gefällt es mir sehr, sehr gut. Die Hintergrundbilder und auch vom Funktionsumfang mit dem Tor-Netzwerk bin ich unglaublich begeistert, das Ganze einfach auch als Daily Driver zu nutzen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.